Jo, moin ihr Nasenhaarflechter. Na, alles klar? Jo, ein kleines Update. Was ist jetzt mit AW hier? Ja, im Moment nicht viel, ne? Mein letztes Video kennt ihr ja noch, wo ich sagte, dass ich erstmal keine weiteren Videos erstellen werde, solange nichts läuft. Gut, ich habe heute jetzt mal wieder reingeguckt, habe jetzt ein paar Wochen gar nicht gespielt und es ruckelt immer noch. Rubberbending war tatsächlich mal kaum vorhanden, aber viel am Stocken und von vielen anderen Leuten kriege ich auch immer Meldungen, wo ich mitkriege, dass es nicht rund läuft. Dementsprechend werde ich im Moment auch noch wieder keine weiteren Videos dazu bringen. Ich warte jetzt die 033 ab, gucke, was da kommt und ich hoffe, dass das Spiel dann wieder spielbarer wird, weil ich würde gern weiterspielen und auch weiter Videos für euch machen. Aber eben, wie gesagt, dafür muss das auch alles eben Hand und Fuß haben und das hat es im Moment immer noch nicht. Jo, übrigens nur zur Information, ich habe jetzt am Montag, am frühen Abend auch meinen Posten als Content Creator schrägstrich Community Contributor an den Nagel gehängt. Da mache ich nicht mehr mit, weil ja, das geht jetzt seit Anfang der 032 so, dass nichts richtig funktioniert und da halte ich meine Fresse nicht für hin und auch meinen Namen nicht. Auch wenn ich nur ein kleiner Kanal bin, aber irgendwo ist mal gut gewesen. Also ich bin kein offizieller CC mehr, will ich nicht mehr und ja, aber gut, um Videos zu machen, brauche ich das nicht sein. Sind wir mal ehrlich, so wichtig ist das auch nicht. Auf jeden Fall, ja, die 033 werde ich abwarten und danach wird entschieden, wie es weitergeht. Bis dahin auf jeden Fall erstmal, wäre schön, wenn ihr da bleibt, aber ich verstehe es auch, wenn ihr nicht bleiben wollt, weil die meisten sind nur mal wegen bei mir. Wir müssen sehen. Auf jeden Fall, bis dann erstmal. Ich melde mich wieder, sobald es da was Neues gibt und ja, wir sehen uns dann. Haut rein, Leute und moin!